Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie vom Team Zen Garden Paraguay. In diesem Video lernt ihr das Casa Rica kennen. Das Casa Rica ist ein Supermarkt, der unter anderem auch sehr, sehr viele europäische Waren führt. Und natürlich zur Adventszeit die Sachen, die wir so gerne mögen, die wir aus Europa, aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz kennen. Lasst euch überraschen und seht euch dieses Video bis zum Ende an, damit ihr nichts verpasst und wisst, dass ihr die Sachen, die euch lieb sind, die ihr gerne esst, dass ihr die unter anderem natürlich auch hier finden könnt. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr unsere Videos insgesamt mögt, dann abonniert doch unseren Kanal, dann seid ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Also, bis gleich im Casa Rica. Im Großraum Asunzion gibt es drei verschiedene Casa Rica Supermärkte. Das hier ist der Blick vom Restaurant in einen davon. Und wie ihr seht, ist es doch ziemlich groß. Das Casa Rica hat natürlich viele paraguayische Produkte, aber eben unter anderem auch viele Produkte, die ihr auch im EDK in Deutschland findet. Der Vorteil ist, bei aller Integration und wenn man hier einfach auch ganz viel in den normalen Supermärkten einkauft, ab und an hat man einfach Gelüste auf Sachen, die man seit seiner Kindheit gewohnt ist, die man mag, die man gerne isst und einfach ganz viele davon könnt ihr im Casa Rica wiederfinden. Und das ist einfach für uns zumindest immer mal wieder auch etwas Schönes, wenn wir mal europäischen Käse kaufen können oder auch mal einen Christstollen oder sowas. Hier seht ihr die vorweihnachtliche Dekoration. Und was mir am Casa Rica besonders gefällt, es ist einfach auch immer sehr, sehr hübsch aufgemacht. Also mit netten Tafeln, die genau sagen, natürlich auf Spanisch, was man wo findet. Die Waren sind wirklich schön aufgemacht. Hier seht ihr, da ist die Fruchtabteilung und dann immer wieder, was heißt was auf Spanisch. Da kann man also auch wirklich einfach, ja, es ist immer auch ein Augenschmaus, ins Casa Rica reinzugehen. Und das schätzen wir doch sehr. Das Casa Rica ist natürlich teuer. Wenn ihr also dort Sachen einkauft, ist es viel, viel teurer als in einem normalen Supermarkt. Das liegt auch daran, dass natürlich die Sachen, die aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz oder überhaupt Europa kommen, dass die importiert werden müssen. Das heißt, die haben erstmal einen langen Reiseweg und anschließend noch Importzoll. Aus dem Grund lohnt es sich wirklich im Casa Rica einfach nur die Sachen zu kaufen, die einem wichtig sind. Allerdings rate ich komplett davon ab, dort seinen ganz normalen Wocheneinkauf zu machen für ganz normale Lebensmittel. So, Lebensmittel, schaut euch mal an. Hier die Panettones, die wir so gut kennen. Die Marke gut und günstig. Lebkuchen. Also wirklich, wenn ihr in der Vorweiterzeit etwas sucht. Hier Schwarzbrot, das man sonst quasi nicht in Paraguay finden kann. Immer mal wieder lecker zu essen. Hier schaut euch mal diese Vitrine an. Esst die nicht genial. Da hat man doch sofort Lust zuzugreifen. Hier auch da Barilla-Nudeln. Das ist zum Beispiel etwas. Nudeln würde ich nicht unbedingt im Casa Rica kaufen. Aber wer es mag, es gibt sie. Es gibt viele Nudeln, die man aus Deutschland kennt. Ich kaufe meistens für Hagerbücher. Was sehr gut vertreten ist, nicht nur im Casa Rica, sondern in vielen Supermärkten hier, ist die ganze Knorr-Riege und die Maggi-Riege. Also das findet ihr im Casa Rica explizit. Da habt ihr mehr davon. Aber findet ihr auch in vielen der normalen paraguayischen Supermärkte. Dieser Casa Rica hier glänzt mit ganz tollen Malereien. Also wirklich, ich finde, das ist einer, der sehr, sehr schön auch einfach zum Anschauen ist, wenn man mal den Kopf etwas höher hebt und diese wunderschönen Gemälde oben an den Wänden sieht. Wie gesagt, natürlich ist es immer Geschmackssache. Mir gefällt es einfach, wenn ich in einem schönen Ambiente eben dann auch diese aus der Sicht dann Spezialitäten oder Feinkostsachen mir besorgen kann. Und wie gesagt, also gerade in der Vorweihnachtszeit kaufen wir hier einfach gerne ein, auch mal ein Marzipanbrot, ein Christstollen, solche Geschichten. Kommen wir zurück zu den Lebensmitteln. Ihr seht hier die ganze Weihnachtsnascherei, Nikoläuse, Lebkuchen, Marzipanbrot. Ja, also wirklich einfach alles ist da zu finden, was einem vielleicht wichtig ist. Schaut einfach mal hier, alles zu finden, Lebkuchen in allen möglichen Variationen. Wie gesagt, vieles, was ihr einfach so in Deutschland aus dem Edeka kennt, werdet ihr hier wieder finden. Hier, Marzipanbrot, Nikoläuse, alles von Ferrero, Kinder werdet ihr finden, Merci, Schokolade, also ganz viel auch Schokolade. Hier sind wir in der Käseabteilung. Das ist etwas, was mir persönlich wichtig ist, denn der paraguayische Käse schmeckt mir persönlich nicht. Es gibt hier allerdings auch ein Paraguayer, also inzwischen ein Familienunternehmen, das Käse auf schweizerische Art herstellt, denn der Herr war in der Schweiz zum Lernen. Und das sind ihre Käse, die gibt es auch in Quasarica oder man kann sie bei ihnen direkt bestellen. Die Firma, das Unternehmen heißt Prokohle und sie machen unter anderem auch Fondue Käse und so weiter. Ähm, nicht Fondue, Raclette, entschuldigung. So, schaut mal, hier eine Nachtischtheke, da habe ich mir zum Beispiel erlaubt, mir diese Maracuja-Creme-Torte, Käsetorte mitzunehmen, weil ich einfach diese Maracuja-Torten liebe. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, bei der ist der Käsegeschmack doch sehr intensiv und sie hat mir am Ende nicht wirklich geschmeckt. Die werde ich wohl nicht wieder kaufen. So, für welche, denen es wichtig ist, Nutella, Müsli, Schokomüsli, Früchte-Müsli. Ja, also auch da eine ganz, ganz große Auswahl an bekannten Marken, wobei wir oft wirklich das ganz normale paraguayische Müsli kaufen. Aber hier geht es darum, dass ihr seht, was alles im Quasarica im Angebot ist. So, wie ihr seht, auch zwischendrin immer wieder natürlich ganz viele paraguayische Ware, denn wir sind ja in Paraguay. Hier Zucker aus Paraguay, hier kommen wir in die Keksabteilung, da ist es gemischt. Es gibt Kekse aus Europa, hier Panetone, lecker. Kekse, Makronen, ja. Also vieles einfach, was einem wichtig sein könnte, werdet ihr hier wiederfinden. Marmeladen aus Deutschland, wenn man nicht selbst welche macht. Oder es gibt auch sehr, sehr leckere paraguayische Marmeladen, muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, jedem das, was ihm gefällt und hier einfach noch zum Abschluss einen Überblick über diesen Quasarica. Ihr seht, was ich meine. Es sieht einfach sehr ordentlich aus. Es ist hübsch von oben anzusehen mit diesen Bildern. Also wirklich rundum ein sehr, sehr gelungenes Konzept. Hier kommt gleich noch eine andere Ansicht von oben. Hier nochmal wirklich sehr ansprechend. Macht Spaß dort einzukaufen. Ja, das war es schon wieder zum Quasarica. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen. Wie gesagt, nicht nur zur Vorweihnachtszeit lohnt es sich, da mal hinzugehen, wenn man bestimmte Gelüste hat. Aber besonders. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns jetzt noch den Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr Interesse an weiteren solchen Videos habt. Und ansonsten lasst es euch gut gehen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Adventszeit. Und wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video vom Zen Garden Paraguay. Bis bald. Tschüss.